Dann leuchten wir so komisch und kriegen das einen rumpeligen Buff. Der kriegt aber auch Schaden dann. Genau, der macht auch Schaden. Also du kriegst dann permanent einen Dot, aber jetzt können wir die Viecher angreifen und können auch Damage machen. Das heißt, wir müssen dann immer wieder rausspringen und den Dot ablaufen lassen, weil das ist wie bei Grenz, glaube ich. Der stackt immer wieder hoch, macht 100 pro Tick. Oh, ja. Oha. Okay, alles klar. Achso, ich meine mal, wir hätten mal einen gemacht und ich bin mit dem Rest rumgelaufen, kann das sein? Möglich, ja. Ich habe ein Fokusziel, wenn ihr Bock habt, können wir das nehmen? Es ist halt so, je länger wir drinstehen, desto immenseren Schaden machen wir. Wir müssen halt ab und zu mal rausgehen. Nein! Oh. 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 Shit. Nächste Ziel. Ich glaube so 14 Stacks kannst du ganz gut machen. Danach wird's ganz schön knapp. Die 3 kommen doch jetzt auch alle zusammenziehen und ist okay. Nächste Ziel. Sehr gut. Haben wir einen Stein? Nee. Da hinten noch? Die auch noch. Boah, ey. Zeit schleifen. Die Justice! Shake it off! Everything in moderation. Including moderation. I have the mystic...